Ich habe hier noch ein Beispiel, wo ich mit Musterpinseln arbeiten möchte. Einen Situationsplan, den ich kürzlich gezeichnet habe, habe ich schon vorbereitet. Man sieht hier, die Verkehrswege habe ich eingezeigt. Also hier das Original, ganz zuunters. Dann Wiesen, Wasser, Wald, Gebäude und die Verkehrswege. Die Verkehrswege möchte ich nun etwas detaillierter haben. Ich habe hier schon mal eine Strasse vorbereitet. Zoom da mal hinein. Die Strasse ist eine graue Fläche und eine gestrichelte Linie. Pack das mal und nehme das zu den Pinseln. Musterpinsel, dem sage ich Strasse. Sage OK. Und werde mal versuchen, ich mache das jetzt nicht innerhalb des Plans, ich mache das mal ausserhalb. Zeichne eine geschwungene Linie und werde nun die Strasse zuordnen. Hier kann ich noch etwas mit der Konturstärke arbeiten, also Strasse steht. Jetzt möchte ich da die rote Linie im Plan mit einer kleinen Eisenbahnschiene ersetzen. Kann ich mal holen, bei Umrandungen, dies und das, habe ich hier eine Eisenbahnschiene. Mach das mal zu. Zeichne einen neuen Pfad. Auch wieder nicht innerhalb des Plans, das wäre etwas zu klein. Und ordne die Schiene mal zu. Etwas zoomen. Und sehe, jetzt habe ich ein ganz kleines Problem. Entweder ist die Schiene vorn, oder wenn ich das so in unternehme, ist die Strasse vorn. Aber die Schwellen und die Schienen sind eins, die müsste ich irgendwie trennen, dass der Bahnübergang logisch wirkt. Und dann versuchen wir an das zur Kiste. Aber sie haben nicht mehr to. Bis zum nächsten Mal.